Musik Ich bin heute Morgen hier schon rumgelaufen. Ich konnte tatsächlich viele neue Pokémon fangen und in mein Team holen und das war echt ziemlich cool. Hallo Freunde, schön, dass ihr all dabei seid zu unserem Live-Pokémon-Go-Louncing-Man. Macht halt Spaß, viele Leute, die das halt auch spielen. Ich hier direkt in der Nähe arbeite, entsprechend sehr oft im Zentrum bin. Mit den ganzen Stops in der Reihe und so lohnt sich das auch sehr. Musik Und jetzt seid ihr dran, kommt hier ins Zentrum nach Oberhausen. Oberhausen